Das waren die Welten, aus denen wir kommen. Das waren die alten Kulturen, da können wir etwas über uns lernen. Es waren aber auch die Gegenwelten. Es war das, was eben halt nicht industrialisiert war. Er ist ein Filter und er ist natürlich auch ein Transformator. Das war das, was ebenso. Es ist die Sicht von oben, es ist die Sicht von vorne, es ist die Sicht auf etwas, es ist die Ansicht. Das war das, was ebenso. Das war das, was ebenso.